Steiner, wow! Hello! Kars nächste City, Billy Haar! Das war Gefrier-Schrank, das sieht man eigentlich nicht, aber egal! Hä? Oh mein Gott! Hätt's einfach mal einen Tempus gemalt! Ja, ich hätte zwei Tempus denn geschrieben wahrscheinlich! Ja! Es sieht aus wie ein Mensch, aber... Deswegen, deswegen, wegen das hier! Was soll das sein, das ist eine braune Kacke! Ah, ich hab's! Nein, dann brach! Hier kommt so eine Hand aus nichts. Ist sie? Das ist eine Hand, sagt nichts dagegen. Eine Hand. Und hier, äh... Wirklich. Cheats... Check deine Basis! Ich rass das nicht! Was soll das sein? Berührung, Alter! XD 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 Wer ruft mich grad auf- Martin holen über- melt Ja! !!!! псих Was musst du erkennen? Ist das dein scheiß Ernst? Es sind Knochen drumherum. KNOCHEN. Mate. Was haben Piraten immer auf die Irrenflaggen? Ja. Ist okay. Dein Schwanz als Miniatur? Ja. Dein Gesicht ist ein XD. Ja, na und? Deiner hat drei Augen. Weil wir dürften eigentlich nicht mal wieder bereden, aber ja. Ja, eigentlich nicht, aber... Wie es aussieht. Oh Mann. Brrr. 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 Du siehst aus wie so ein Stalker. Der stirbt gleich. Ich sterbe gleich. Brrr. Du hast geflickt. Ja. Oh Mann. Das ist nicht dein hier. Das ist gut, Martin. Vietnam hat mich nicht verändert. Ich habe Vietnam verändert. Ich habe Vietnam verändert. Das hat mich verfehlt. Was willst du jetzt? Was? Was? Fuck off Getebacked während du auf den Kühn legst Verweis dich vollbeschuss Nein Nein Tür ist offen Wirklich Soziales Experiment Wieso lebe ich mich wieder? Oh warte ich muss nur zacht haben Soziales Experiment Voll funny you know Ich bin zwar jetzt allein aber Weißt du wie scheißegal wie das ist Nero möchte das ganze Lexus Server gefopfen wird Okay Warte 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 Kennt oder spielt jemand für dich The Legend of Zelda? Kennt du es jeder mate? Ja oder nein 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 Die kennst nicht Echt Jeremia sagt mir bitte dass es der Cosmos war und ich es wirklich erkannt habe Ich habe gerade gesagt jeder kennt es Was soll es sein? Ich habe verstanden dass du es nicht verstanden hast Ich habe nicht verstanden Ich habe nicht verstanden Ein paar Haare von der Senzen Senzen Ein paar Haare von der Senzen Ein paar Haare von der Senzen Ein paar Haare von der Senzen Warte Dagegen um ihn Was Selbst die Neugier hielt ihn nicht stark genug Was Was Selbst die Neugier hielt ihn Selbst die Neugier hielt ihn Hahahaha Der türkise Der türkische Strahl breitete sich aus dem Lagen eines dieilitischen Vorstände Der türkise Strahl beritete nicht bereitete TZTT Der türkise Strahl breitete sich um ein lang Ahh Der türkise Der türkise Strahl Hahahaha Eine weitere Kurte steht das Verunsichert Eine weitere Aus dem anderen Portal trat ein junger schwarzhaariger Mann Die Kurten, die sich zum Schausch Vermutlich hielt sie sich Ihr hättet früher herkommen müssen Dies ist nicht nur ein Der Blick der Halbex Der Blick der